Freigeschaltet. Nice. Läuft also heute doch noch was. So ist gut. So, damit hätten wir den vorletzten Boss und jetzt sind wir auch im letzten Akt und zwar 5. Whaaat? Was zur Hölle ist das? Alter. Au. Ajo, und den macht das natürlich nicht schon. Da 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 da. Da 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 da. Haben wir noch was? Nein? 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 Alter! Wie zur Hölle. Und voll in die Lava rein, das war super gemacht, Schurz. Hast du's super gemacht. Okay, ist er nicht so einfach. Ist das mit der Lava nicht etwas überdrehen? Und wie soll man das? Alter. Das ist echt mies. So, zack, zack, zack. Da, 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 da. Okay. Die gehen hoch und das, das heißt... Das heißt... Da hab ich keine Ahnung, wie ich die unten klack, deswegen... So. Da, da, da. Da, 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 da... Spamische Hunde. Scheiß... Kunai-Werfer. Und jetzt? Shit. Ich glaube, da oben muss ich nochmal die Schriftrolle benutzen, weil sonst bin ich am Arsch. Also. Na komm schon. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier durchkomme. Wow, ich bin durchgekommen. Da 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 da. Also das mit dem Stacheln ist nicht lustig. Alter, mein Timing ist ja richtig gut. Und. Drehung. Den da oben ausschalten. So. Verschwindet ihr Hunde. Ihr räudigen Hunde. Dann, 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 dann. Wo hat die eigentlich die ganzen Pumas her? Ich meine, wo ziehen die raus? Döööööööööön. Ta, 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 ta. Schreck. Wie? So, ich finde, soll ich da jetzt durchkommen. Ach so, aber nur noch ein Herz. Äh, und dabei lief es so gut, so gut, so gut. So. Jetzt einfach mal stehen bleiben. So, so lang, bis ich da auch wünsche, oder? So, so. Dann machen wir so, dann landen wir. Ganz majestätisch. Alter, jetzt aber Schluss. Ich weiß nicht, inwiefern das sicherer ist. Wow, alter. Was zur Hölle ist da, na? Nein! Dammit! Das lasse ich nicht auf mich, auf mich rütteln. Ich gucke mir ein bisschen vor, auch hier so levelartig. Ich weiß nicht so, wie da bei, bei der Matrix-Rettungs-Aktion. Ich weiß nicht, wieso. Es kommt mir einfach nur dieses... Just the feeling. Und jetzt so Scheiße 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 So macht man das So macht man das So nicht anders Okay das war jetzt so nicht geplant Aber immerhin will ich durch So 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 Und bei den einen Kunoerwerfer da, der da unten liegt. Niemals. Oh Gott, ich muss gießen. So. Sicherheit darauf geliebt und... So, ich muss das mal aufpassen. So, ich muss das mal aufpassen. Alter. Niemals. Legt euch nicht mit mir an. Ähm, okay, das war jetzt dämlich. Gibt hier vielleicht irgendwas tolles? Äh, kein Herbst, kein Herbst, kein Herbst. Warum? Äh, äh. Ja. Scheiße. Alter. Alter, wie... Wie mies ist das denn, ey? Ich muss das mal aufpassen. Okay. Komm. Wir kriegen das schon auf. So. 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 Geduldig sein. Und da haben wir Hauptsinn. Okay, das war ja... Egal. Egal. Die irgendwie... Da, 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 da. Jetzt hier hoch. Da, 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 da. Warten. Jetzt. Ah, okay, das war... Ach, warte. Timing ist weg. Na gut, mit einem Herbst kommen wir sowieso nicht durch, deswegen... Haben wir da vielleicht noch was? Nope. Nur ein Clack, dass ich ganz sicher nicht wohl werde. Schon wie schwer das Level ist. Allein schon an der Schwierigkeit des Levels ist doch so beachtet, dass so Kleidersammlung ist nicht so gut, vor allem bei der Schlechterhand ist, wie ich. Und zack. O, 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 O. Dich... Halt... Ga, da, 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 da. Bam, 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 bam. Okay, bam, bam. Alter. Ich will das richtig schnell machen. Hey. Nach eben hast du auch noch geflaggt. Warten, warten, warten. Ich bin mir zu. Okay. Es sieht so aus, als wäre ich irgendwie wieder raus aus dem Spiel. Das ist nicht gut. Nicht sehr gut. Okay, ein letzter Versuch und wenn es nicht mehr klappt, dann sollte das für diese Aufnahme erst mal reichen. So, hier, hopps, 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 hopps. Und nein, das mache ich nicht in Absicht. Das mache ich wirklich in Absicht. Moment. Okay, noch einmal. Noch ein einziges Mal. Das war ja... Es sah ja aus, als ob es Absicht war. Ey, das kann ja nicht wahr sein. Ihr stirbt doch da vorne. Das kann ich doch nicht. So. 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 Moment. 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 Ja, ist egal. So. Wenn jetzt so der tausende Kuna ist. Ich sage sie nicht. Das hat ja. Danke. Das hat ja hier. Also, es fehlt mir schon gleich ein Glick-Button. So. Ich muss auch nun mal sicher gehen. So, da kaufen wir jetzt zwei Spots auf. Die können wir eigentlich alle ignorieren. Hier bin ich sicher. Sollte man zumindest annehmen. Minus oder Power-To-Night-Binu. So, ich habe noch keine Minus mehr. Oh, er möchte. Aha. So, also. Ach, warum muss dann noch so ein? Und jetzt? Ach so, natürlich. Erstmal den da hinten. Alter. Jawohl, mit einem Herzen mit durch. Ich... Ich... Das war aber... Das war hier... Spektakel. Und jetzt erstmal stricken. Okay. Das war's aber erstmal für diese Aufnahme. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, wie wir die letzten zwei Level machen. Und auch damit, dass, äh, den letzten endlich noch kaputt machen. Hoffentlich. Es sei denn, ich werde eine ganze Stunde brauchen, um das Level hier zu schaffen. Ähm... Ja. Es sei denn, ich werde hier sehr lange dran sitzen. Und dann wäre auch dieses Play zu Ende. Also. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. H accuse dich den Schwertbetten personally. Wenn bei Ling evangelical ý achiepres**. F�� für jemanden kommt ein neues Wortatt. 행?